Moin! Willkommen in Hannover Hauptbahnhof. Am 21. Oktober 2021 war das Sturmtief Ignaz über Deutschland hinweggezogen. Bei der Bahn war es durch den Sturm und die Böen zu Oberleitungsschäden gekommen. Ich war an diesem Tag unterwegs von Leipzig nach Hamburg. Der IC2 von Leipzig aus war fast pünktlich. Er hatte nur verspätete Anschlusszüge abgewartet. In Hannover kam es dann aber zu einer längeren Wartezeit. Mein ICE, für den ich eine Platzreservierung hatte, war 50 Minuten verspätet. Wegen der Reservierung wollte ich aber auch nicht mit einem früheren Zug fahren, der dann vielleicht überfüllt gewesen wäre. So habe ich eben in Hannover gewartet, und dabei entstand dieses Video. Ich bin in Hannover und in Hannover und in Hannover war es für den Schlüssel. Es ist ein Aufbau von Felsenbund. Es war für den Schlüssel, der in Hannover und in Hannover. Und da war es für den Schlüssel, der in Hannover und in Hannover. So habe ich mich mit dem Schlüssel. Ein paar Ansichten von den Bahnsteigen und Gleisen. Die Rampe hier am Ende dieses Gleises sieht so aus, als könnte sie früher zu einer Autoverladung gehört haben. Die S-Bahn und die Regionalzüge waren anscheinend nicht von Sturmschäden betroffen. Ein RAX-Triebwagen, der in Hannover Hauptbahnhof aussetzt. Die S-Bahn, der in Hannover Hauptbahnhof aussetzt. Die S-Bahn, der in Hannover Hauptbahnhof aussetzt. Die S-Bahn não werřetig, der in Hannover Hauptbahnhof aussetzt ... Es ist bemerkenswert, wie viele Güterzüge hier fahren. Dies ist der dritte innerhalb von 30 Minuten. Der erste fuhr durch den Bahnhof, als ich gerade die Treppe zum Bahnsteig hochgegangen bin. E. Vorsicht bei der Einfahrt. Plattform 7, now arriving I.C.E. 582. B.C.F.N.T. 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 Schließlich kam dann der I.C.E. nach Hamburg an. B.C.F.N.T. 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 Untertitelung des ZDF, 2020